Musik Wir sehen die Zukunft der IG Metall, also lasst sie uns übernehmen, gemeinsam für ein gutes Leben. In diesem Sinne wünsche ich uns alle spannende Tage und erkläre die 21. Jugendkonferenz für Eröffnet. Wir sind eine IG Metall, das macht uns stark, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollte so bleiben. In diesem Sinne, lasst es krachen auf der Judenkonferenz, Glück auf! Ich hoffe mir, dass in den nächsten Wochen, Monaten dieses Schild hier in vielen Betrieben, in vielen Ausbildungswerkstätten auch hängt und angebracht wird. Ich hoffe mir, dass in den nächsten Wochen, Monaten dieses Schild hier in vielen Betrieben, in vielen Betrieben, in vielen Betrieben, in vielen Betrieben, in vielen Betrieben. Ich hoffe mir, dass in den nächsten Wochen, Monaten dieses Schild hier in vielen Betrieben wird.